ich schreibe nicht aus freude am schreiben es hat sich ebenso für mich ergeben dass ich schreiben muss wenn ich nicht den verstand verlieren will wir werden nicht allzu lang bleiben der autoschlüssel steckt falls du nachkommen wirst die beiden mussten im dorf geblieben sein ich wunderte mich sehr darüber es konnte einfach nicht wahr sein derartige dinge geschahen einfach nicht ich hätte mich leichter mit einer kleinen verrücktheit abgefunden als mit dem schrecklichen unsichtbaren dinge immer noch dachte ich an meine lage als einen vorübergehenden zustand und schließlich gab ich meine sinnlose flucht auf und stellte mich meinen gedanken ich glaube die zeit steht ganz still und ich bewege mich in ihr das ist ja und so Vielen Dank.